Folge 6 von unserem NAND-Game. Heute machen wir Register, Counter, also Zähler und Speicher. Fangen wir mit den Registern an. Register ist letztendlich nichts anderes als unser Data-Flipflop. Allerdings wollen wir jetzt natürlich 16-Bit speichern gleichzeitig. Das heißt, wir müssen 16 Data-Flipflops nebeneinander setzen. Hier in der Aufgabe sollen wir nur zwei Data-Flipflops nebeneinander setzen. Und das machen wir. Ist eigentlich eine simple Sache. Jedes Daten-Bit kommt hier auf einen Dateneingang. Die Takteingänge werden alle mit dem allgemeinen Takt verbunden. Und die Store-Eingänge werden mit dem Store-Bit verbunden. Und das war es auch schon. Die Ausgänge sind jeweils ein Bit. Dann schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Sagen wir mal, ich möchte die Kombination 1-0 speichern. Ich sage, wenn der Takt kommt, hier passiert erstmal gar nichts. Wenn ich sage Speichern, dann passiert auch nichts. Aber mit dem Takt wird das am Ausgang angezeigt. Und wenn ich jetzt hier dieses Store wieder raus mache, dann bleibt das auch erhalten. Das ist Sinn und Zweck von einem Register. Und diese Register werden wir brauchen, wenn wir dann unsere kompletten Prozessor zusammenbauen. Können wir uns gleich um den nächsten Level kümmern. Da haben wir die Zähler. Was machen wir da? Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie einen Increment benutzen. Überlegen wir uns erst einmal, was passieren soll. Wenn Store 0 ist und Glock 0 ist, dann soll man hier 1 weiter zählen. Bei in erst mal. Wenn Store 1 ist, soll man aber nicht zählen, sondern soll den Zählerstand setzen können. Auf einen beliebigen Stand, der hier in der Variablen x kommt. Und bei Glock 1 wird dann das Vorbereitete tatsächlich auf den Ausgang gelegt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Register, mit dem wir arbeiten. Da können wir unseren Glock anschließen. Und der Wert wird dann rausgegeben an den Ausgang. Das, was hier drin ist, soll erhöht werden. Das heißt, ich nehme den Eingang von diesem Implementer, diesem Um-1-Erhöher, ans Ausgang von dem Register. Und das, was hier rausgeht, wird wieder in den Eingang zurückgespeist im Prinzip. Machen wir mal einfach und sagen, den Store setze ich jetzt einfach mal hier runter. Ich sage Store 1 und Takte hier. Und das Ding zählt tatsächlich. Mit jedem Takt, man sieht hier, jetzt ist er bei 5, noch ein Takt. 6, 7, 8, 9, der zählt. Also zählen tut er schon mal, aber das wird noch nicht die Lösung sein. Wir können ja mal gucken. Genau. Was wir hier noch nicht drin haben, ist die Möglichkeit, den Zählerstand hier direkt zu übernehmen. Das heißt, wir möchten jetzt noch mal auswählen, was wir eigentlich hier rein haben wollen. Da nehmen wir so ein Select. Entweder wollen wir tatsächlich den Zählerstand haben. Da haben wir zwei Eingänge, den 0 und den 1. Wenn der Store, den setzen wir jetzt mal hier hin und nicht da hin. Wenn der Store 0 ist, dann soll man ja zählen. Das heißt, dann nehmen wir den Incrementer. So, dann zählt er. Wenn der Store aber 1 ist, dann soll er den Wert übernehmen, der von x hier kommt. Kommen wir jetzt hin. Jetzt haben wir hier x7. Store ist 1. Da wird noch nichts übernommen. Was fehlt noch? Wir müssen hier dieses Register dauerhaft auf Werte übernehmen einstellen, indem wir hier einfach eine 1 einspeisen. Wo kriegen wir eine 1 her? Dauerhafte 1 machen wir uns aus einer 0 mit dem Inverter, wie gehabt. Warum es hier keine 1 gibt, die man einfach direkt aus der Leiste ziehen kann, ist mir nicht ganz klar. Aber so können wir das lassen. Jetzt müsste er, wenn Store 1 ist, auf jeden Fall die 7 übernehmen. Und die ändert sich auch nicht. Genau. Wenn ich Store auf 0 mache, dann nimmt er den Zählerstand. Das heißt, jetzt sollte die 7 auf 8 hochgezählt werden. 8, 9, 10. Das ist genau die Funktion, die von dem Counter verlangt wird. Und wenn ich jetzt sage, I have completed, dann sagt er wunderbar. Die einfachstmögliche Lösung haben wir gefunden. Vier Bauteile benutzt. 354 NAND-Gates. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wir arbeiten hier ja auch in 16-Bit. Das Register ist 16-Bit, der Incremente ist 16-Bit, der Auswähler ist 16-Bit. Da kommt schon einiges zusammen. Nächster Level wäre RAM. Das machen wir heute auch noch. Wir sollen hier einfach mal das Prinzip des RAM aufbauen, indem wir nur mit zwei 16-Bit-Werten arbeiten, also zwei Worte speichern können im RAM. Da werden wir also zwei Register benötigen, die unsere zwei Worte speichern können. Und die müssen wir jetzt gezielt so ansprechen, dass wir je nach Adress, wir haben ein Adress-Bit, wenn das Bit 0 ist, dann möchten wir das Register 0 hier haben. Wenn dieses Bit 1 ist, möchten wir aus diesem Register arbeiten. Das machen wir mit unserem Auswähler zum Lesen. Können wir den Auswähler nehmen, den Select und sagen, okay, für die Daten 1 Register 1 und Register 0 für Daten 0 und auswählen tun wir es mit der Adresse. Jetzt könnte man hier irgendwas reinschreiben, können wir ja nicht direkt, aber wir könnten auswählen auf alle Fälle. Das klappt zum Lesen. Zum Schreiben müssen wir ja auch sagen, je nach Adresse, wo speichern wir es rein. Also die X, also das Eingangswort, das geht auf jeden Fall auf beide prinzipiell. Auch der Takt geht auf beide Register. Das geht immer auf alle Wörter. Aber nur wenn der Store auf 1 ist, wird auch tatsächlich in dieses Register geschrieben. Also wenn ich jetzt aktuell, sagen wir mal, eine 5 schreiben möchte, dann geht da noch nichts, weil ja kein Store gesetzt ist. Und der Store soll dann gesetzt sein, wenn er gesetzt ist. Allerdings nur, wenn dieses Register auch adressiert ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach den Store setzen würde, dann würde er die 5 mit Takt übernehmen. Aber ich möchte sie ja nicht immer übernehmen. Ich möchte sie in dem Fall nur übernehmen, wenn die Adresse auch auf 1 ist. Deswegen unser alter Trick. Wir verunten das wieder. Wir sagen, wenn die Adresse hier auf 1 ist, dann erst geht der Store an die Speicherzelle mit der Adresse 1. Wenn die Adresse auf 0 ist, dann erst geht der Store an die Speicherzelle mit der Adresse 0. Das heißt, den Store leite ich auch an das Register mit der Adresse 0 weiter. Allerdings nur, wenn das hier 0 ist. Also muss ich invertieren. Und jetzt ziehe ich das alles ein bisschen mal auseinander, damit das vom Platz her nicht ganz so grausam ausschaut. So könnte man es machen vielleicht. Dann müssen wir diesen Inverter noch irgendwie hier reinsetzen. Also dieses a wird invertiert und das geht dann wieder an die Adresse. Das heißt, wenn das Bit 0 ist, dann haben wir hier eine 1. Damit kommt der Store durch. Damit sprechen wir das Register 1 an. Probieren wir es mal aus. Ich möchte die 123 reinschreiben an diese Speicherstelle. Also adressiere ich diese, sage schreiben und dann kommt der Takt. Und dann ist die 123 hier reingeschrieben. Wird auch hier gelesen, weil dieses Register adressiert ist. In das andere Register möchte ich eine FFFF reinschreiben. Das ist doch auch schön, oder? Das war im Übrigen eine Dezimale 291 und eine Hexadezimale 123. Also schreibe ich hier FFFF. Habe adressiert dieses Register. Sag Store, speichern und setze den Takt. Da habe ich hier die FF. Ach, ich habe nur 3F. Okay, passt auch. 3F hier gehen rein. Der Store kommt raus. Jetzt sind die beiden Zellen beschrieben. Und ich kann mit dem Takt lesen. Also ich kann auswählen über die Adresse, was ich lesen will. Das geht allerdings ohne Takt schon. Wenn die Adresse 0 ist, habe ich hier die 123 Hex. Und bei der Adresse 1 habe ich die FFFF Hex. Das sollte die Lösung sein. Schauen wir mal, ob er zufrieden ist mit unserer Lösung. Und er sagt, successfully completed, 357 Nandgates. Wir können es aber mit weniger Bauteilen lösen. Schauen wir mal, wie wir das mit weniger Bauteilen lösen können. Stay at this level. Was könnten wir da nehmen? Wir haben einen Switch. Der ist eigentlich praktisch. Mit diesem Switch können wir diese ganze Logik hier eigentlich mit einem Bauteil erschlagen. Weil der macht ja genau das. Auswählen, wohin das geht. Nach C0 oder nach C1. Also wohin das Store geleitet wird, abhängig von der Adresse. Schmeißen wir mal das alles wieder raus. Bauen wir diesen wunderschönen Switch hier ein. Ich baue ihn mal hier hin. Sagen, je nach Adresse soll er den Store entweder ans Register 1 oder ans Register 0 leiten. Das sieht doch sauber aus. Sagen wir mal, behaupten wir nochmal, wir hätten den Level fertig. Und dann sagt er, 357 NAND-Gates, simplest possible solution. Also die einfachstmögliche Lösung. Jetzt bin ich auch zufrieden. Was machen wir beim nächsten Mal? Memory haben wir fertig. Jetzt können wir uns tatsächlich an die arithmetisch-logische Einheit wagen, die ALU. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.